Jetzt sieht man in den Einwerch die Sonne, wo wir hier in diesem Felsen gestartet sind, in dieser dunklen Wand, wo es recht steil und abschüssig war. Man sieht dort eine Einbuchtung, halber Höhe. Dann geht es hier immer im Wald rüber, mit einzelnen Bäumen, und dann alles oben durch. Man sieht einen guten Weg von dieser Sonne.